Moin, moin, liebe Spots von der Fosthiumschart. Ich begrüße euch. Samstagabend, halb 8 glaube ich, ungefähr, kurz nach halb 8. Weitere Talkrunde. Da ist die Kamera. Guck da rein, Junge. Vollidiot. Ja, ich habe mir mal gedacht, so Kinder sind jetzt gerade im Kinderzimmer, gucken noch ein bisschen Fernsehen, Frau ist nicht da. Machst du mal eine Talkrunde auf dem Balkon? Ähm, hier Erdbeeren, Erdbeerpflanzen. Ja, äh, wächst noch nix. So, da ist die Kamera, du Idiot. Ähm, ja, morgen ist, da ist die Kamera, du Idiot. Ich fühle mich hier so beobachtet. Da hinten laufen auch Menschen rum. Warte. Äh, da. Ja, wie auch immer. Morgen ist Ostern. Deswegen wollte ich einfach mal uns schon einen Gruß, einen Gruß da lassen. Meine Freundin hat auch schon was geplant, dass wir morgen früh aufstehen. Boah. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet beim Aufrehen. Finde ich nicht gut. Äh, Kinder können auch hier im Moment auftauchen. Aber noch ist halt in Ruhe. Ähm, dass wir morgen auf die Wiese gehen. Also nicht hier die Wiese. Äh. Nicht die kleine Wiese, sondern vorne. Das ist eine große Wiese. Sollen wir morgen früh um sieben Uhr Eier verstecken. Um sieben. Naja. Und die Kinder sollen hier dann suchen, natürlich. Ähm, ja. Nächste Woche bin ich, äh, ein bisschen mehr alleine zu Hause. Die Kinder gehen in die Trugata. Meine Freundin ist arbeiten. Und da werde ich mal wieder zum Aufnehmen kommen, denke ich mal. Hab da auch schon so das eine oder andere, was ich aufnehmen möchte. Ich denke mal, nächste Woche ist da, hab ich da gute Gelegenheit zu wieder. Jo. Ist das nicht ein Wetter, Leute? Wir haben halb acht oder mittlerweile vielleicht 20 vor acht. Der Himmel. Blau, Junge. Blauer Himmel. Keine Wolke. Ich muss zwar ehrlich gesagt, ehrlich gesagt gestehen, es fängt an, mir etwas zu warm zu werden. Wir hatten heute 26 Grad, sag mal, ey, 26 Grad. Aber jetzt gerade hier auf dem Balkon, wir haben ja zum Glück tagsüber hier Schatten, also bis Mittags ist die Sonne hier oder, ja, und dann ist sie halt weg. Und jetzt ist es gerade hier auf dem Balkon echt gut. So gefällt mir das. Ähm, ja, finde ich schön. So, so finde ich schön. Ostermontag wird gegrillt. Ja, lecker, lecker Fleisch auf der Grill. Da hab ich auch Bock drauf. Jo. Eigentlich hab ich gar nicht, gar nicht viel zu erzählen. Ähm, ich könnte eigentlich schon eine Sonnenbrille tragen, ja. Ja, finde ich nur noch ein Bier. Nein. Kein Bier. Ah, wer würde dann? Das ist auch in letzter Zeit wieder öfter aus dem TS, der hat Urlaub gehabt jetzt die Woche. Oh, jeden Tag Farming Simulator am Spiel. Richtig gut. Richtig gut. Ah, da geht heute Abend die nächste Runde. Morgen vielleicht auch noch, weiß ich nicht. Dann ist ja eigentlich der Urlaub auch schon wieder fast vorbei. Ja, morgen jemand denk ich mir zur Schwiegermutter rüber, oder? Ich weiß gar nicht. Oster, Ostersonntag, Schwiegermutter. Ostermontag machen wir hier Grillen. Jetzt zupft die Katze. Ah, die Katze hat auch gar kein Futter gekriegt. Uiuiui. Hab ich nicht vergessen, gleich. Ja, was hab ich sonst noch erzählen? Eigentlich Ostern, Wetter, Grillen, ja gut, reicht. Würdern ist jetzt, weil ist schon fast wie früher, jeden Tag online. Und der nächste war auch jeden Tag, oder? Ne, nicht jeden Tag. Ich glaub, einen Abend hat der ausgesetzt. Aber war gut. Hat Spaß gemacht. Immer schön Farming Simulator. Ich wollte eigentlich Fallout 76 und so spielen. Ähm, ja, gut. Wird nichts raus. Also, werde ich da auch nicht weiter leveln erstmal. Wird nächste Woche noch ein kleines, äh, Upgrade-PC-Video machen. Ähm, weil da hat sich jetzt, ja, nicht viel dran getan an meinem Rechner, aber ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall, eine Sache habe ich schon geändert, und eine Sache wird nächste Woche geändert. Ähm. Und das werde ich dann auch, äh, in einem Video verpacken. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter auch nicht zu heiß. 26 Grad fand ich heute ein bisschen, puh, eh, auch gut. Ich bin eh Meisterzeit zu Hause. Ja. Meisterzeit. Ja. Oder? Habe ich noch irgendwas zu erzählen? Hund ist doof wie immer. Ich muss mich, ich hätte mich heute mal rasieren müssen, oder? Mach her, meine Freundin bringt mir ja gleich Rasierklängen mit. Ich habe da keine mehr. Naja, wie auch immer. Ich bin raus, Leute. Schöne Ostern. Tschüss.